Hallo! Hallo! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prick Fun Time. Und heute wieder mit einer älteren Wundertüte und zwar einer Lego Star Wars Wundertüte. Zwar nennt sich das Ganze hier super Machtpark. Das ist die Nummer 7 zum Sparpreis für 5,50 Euro. Damals erschienen und heute auch wieder. Diese Wundertüte ist aus dem Jahr 2022. Also jetzt dementsprechend auch schon zwei Jahre alt. Auch hier bekommen wir zwei Magazine und zwei Extra. Und zwar zwei von sieben und zwei von sieben. Sprich, wir haben hier der Vorteil, wir bekommen das Magazin mit dem passenden Lego Extra dazu, was mir persönlich immer sehr gut gefällt. Hier steht nichts dabei von limitierten Karten und oder Booster. Eventuell bekommen wir noch die ein oder andere Überraschung, was limitierte Karten und oder Booster angeht. Und weil es so schön ist, öffnen wir heute nicht nur diese Wundertüte, sondern auch noch diese. Genau, wir öffnen direkt mal wieder zwei Stück in der Hoffnung auch wieder viele verschiedene unterschiedliche Magazine zu ziehen. Dann würde ich einfach sagen, gehen wir mal direkt drüber ins Opening. So, und bevor wir die Wundertüten öffnen, kommen wir einmal zu den Minifiguren bzw. zu den Lego Extra, die wir hier bekommen können. Auch hier wieder haben wir zwei Lego Minifiguren dabei und zwar den Praetorian Guard und den R2-D2. Beim R2-D2 ist noch der MSE-6 dabei. Ich glaube, offiziell zählt es auch als Lego Minifigur. Aber naja, sagen wir mal nichts dazu. Zudem haben wir noch einen X-Wing, Kylo Ren, Kylo Ren, TIE Silencer, Boba Fett, Starship, Darth Small, Sys Infiltrator und den TIE Striker. Also ich sag mal, für mich persönlich sind hier wirklich keine richtig schlechten Extras dabei. Für mich persönlich, glaube ich, wäre Boba Fett, Starfighter richtig genial, so wie ein Praetorian Guard. Das wären so meine zwei Top-Favoriten. Aber Darth Small, Sys Infiltrator wäre zum Beispiel auch noch richtig gut. Und klar, ein R2-D2 geht immer. Bei mir ist es genau das gleiche. Boba Fett, Starfighter und Platorian Guard. Oh ja, perfekt. Dann werden wir einfach mal reinschauen, ob wir irgendwas von unseren Favoriten bekommen. Wer soll denn heute beginnen? Du. Dann fange ich heute mal an. So, also, zwei Magazine habe ich hier drin. Eins ist eingeschweißt, eins ist nicht eingeschweißt. Wir starten mit dem nicht eingeschweißten. Ich erfühle auf jeden Fall sehr cool. Hier hängt noch ein Booster mit dran. So wie ein älteres Lego Extra. Und zwar nehme ich noch in den Plastik-Polybag. Wir lonzeln mal. Okay, ein Booster. Aber das ist von Ninjago. Wir drehen jetzt mal ganz schnell rum. Ja, hier haben wir die Slave One. Komisch. Hier wird sie noch als Slave One bezeichnet. Vorne auf der Tüte heißt Boba Fett's Starfighter. Warum das so ist, kann ich gar nicht sagen, ob es irgendwie rechtliche Gründe gibt. Ich habe keine Ahnung. Dennoch, ich bin auf jeden Fall richtig froh, dass ich die Slave One bekommen habe. Und das Drachenjäger-Booster ist natürlich auch nie verkehrt von Ninjago. Das Ganze war die Nummer 45 aus dem März. Und zwar, ich muss gerade gucken, das Jahr war 2018. Also ein sechs Jahre altes Magazin. Das Ganze hier. So, dann öffne ich mal meine Wunderküse. Entschuldigung, da ist nicht das Geschweiße. Nein, mach gut. Dann, ja, sieht ähnlich vom Hintergrund aus. Und ja, wir haben auch die Slave One. Und natürlich das Drachenjäger-Serie 4-Booster. So, dann holen wir mal hier unser zweites Magazin raus. Auch hier, die Macht liegt in deinen Händen. Auch wieder ein älteres Magazin, auch aus dem Jahr 2019. Und wir schauen mal nach. Hier haben wir den TIE-Striker. Das Magazin 56 und eine limitierte Karte Nummer 11. Und zwar Yoda. Und die ist noch in einem sammelbaren Zustand. Das finde ich immer sehr positiv. Also, überrascht auch eigentlich ein relativ gutes Extras, was wir hier haben. Dann hole ich mal meins raus. Und was im Zufall, wir haben einen anderen Hintergrund. Und wir haben Kylo Ren's TIE-Silence-Armen mit Boba Fett. Für den wir auch hier das Flugzeug bekommen als Limit Edition, die Nummer 54. Und so sieht jetzt unser Inhalt unserer zwei Wundertüten Supermachtpack Nummer 7 von Lego Star Wars aus. Das Ganze damals für 5,50 Euro erschienen. Jetzt auch wieder für 5,50 Euro. Und hier sieht man einfach mal bei den älteren Wundertüten, finde ich persönlich, jetzt nicht nur Star Wars, auch alle anderen Serien. War einfach viel mehr Abwechslung gegeben. Klar, wir hatten jetzt zweimal die Slave One drin. Was uns, glaube ich, persönlich jetzt gar nicht stört, weil es einfach auch ein älteres Magazin ist. Dann hatten wir noch einmal die Nummer 56 mit dem TIE-Striker. Die Nummer 54 mit Kylo Ren's TIE-Silencer. Und das Schöne ist, wir hatten hier zwei limitierte Karten sowie noch zwei Booster mit dazu bekommen. Also so gesehen vier kleine Überraschungen, die hier gar nicht mit angekündigt waren. Das finde ich immer sehr, sehr positiv. Und dafür kriegt diese Wundertüte wieder, ich sag mal wie es ist, einfach mal zwei Daumen von zwei nach oben. Ich bin auch sehr zufrieden, auch wenn wir einmal das gleiche haben. Ist nicht so schlimm, denn wir haben beim zweiten etwas unterschiedliches, sondern sehe ich auch einer meiner Favoriten. Also ich bin zufrieden. Es geht besser, aber gute Wundertüte. Aber ihr wisst, alles was wir im Video sagen, ist nur unsere persönliche Meinung. Schreibt gerne in die Kommentare, was haltet ihr von unserer Ausbeute. Und wenn ihr diese Wundertüte damals hattet oder heute, was hattet ihr dort drin? Und dann sagen wir, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hogi und Finny.